Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 5, also ziehe ich die fünfte Fotoaufgabe. Mal gucken, was die Challenge heute sein wird. Okay, das wird sie sein. Bin gespannt. Die heutige Aufgabe ist Innocent. Entschuldigung. Nice! Zum heutigen Foto-Challenge Unschuldig, Innocent, habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen, wie zum Skikinder, aber ich kann es nicht einfach zum Kindergarten gehen und Kinder fotografieren. Oder sowas wie eine weiße Taube, aber weiße Taube habe ich heute nicht gefunden. Jetzt bleibt noch eine Möglichkeit, ich gehe zu einem Blumenladen und fotografiere eine weiße Blume, eine weiße Rose und ob das klappt, geht ihr jetzt gleich. Let's go zum Blumenladen. Wie viel Pech kann man haben, das Geschäft hat schon zu und geschlossen, aber genau hier ist eine weiße Blume. Zwar keine Rose oder so, aber ich denke mal, die hier tut sie auch. Let's go zum Blumenladen. 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 Bis zum nächsten Mal.